Das war super. Ich komme aus der Sterneküche, das heißt, wir kochen normalerweise fein und klein. Wir haben eine wunderbare Schweinehackse heute gehabt. Auf dem Level war das für mich ganz klar eine Szene. Wir haben es sehr genossen. Es war wunderbar. Ich habe nichts auszusetzen. Sehr gut. Alles hat mir sehr gut geschmeckt. Wunderbar. Wunderbar. Wirklich ganz toll. Ich liebe im Prinzip so die bayerische Küche. Die bayerische rustikale Küche geht häufig in die Hose. Die Schweinshackse. So kross ausgebraten, wie ich sie mir wünsche. Ich würde dem Bräustübel in der Kocharena 10 Punkte geben. Prost auf das Bräustübel. Es war alles hervorragend. Das war alles hervorragend. Das war alles hervorragend. Bis zum nächsten Mal.